ja willkommen zurück zu einem nächsten let's play ja wir starten jetzt hier gleich mit der mission erlösung dabei sind wie immer mundo und diese geht es auch schon los hier ich bin jetzt echt gespannt wie das weitergeht da war wieder irgendwo für straße umrennen oder ob mal wieder irgendwie so ein untergrund labor kommt ich hoffe dass es nicht so ruckelt das ist eigentlich mein größtes problem ich will keine boos haben ja genau die brauchen wir auch nicht nicht ja 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 Das ist wie ein Scheißbuch. Oh, das ist ein Labor. Was ist das? Also, ich finde, die müssen bezahlen. Ja, gut. Ja, okay. Lassen wir mal jetzt noch die Zeit. Ja, ja, klar. Ah, und da fliehen sie schon. Zerstörung pur. Wer ist denn jetzt schon? Das ist ja wieder mal... Das ist ja echt... Geh weg. Bist du gleich... Ja, mir geht's. Einmal angelutscht worden und das war's. Ja, ja. Äh, da hat er mal richtig Glück gehabt hier. Hat sich gleich auf mich gestürzt, mir in den Hals gebissen, der Drecksack. No, hier geht's nicht lang. No. Nö, da unten lag eine Granate. Die wollte ich eigentlich holen. Dann hat er mich angelutscht. Also war's das hier schon? Ja. Oh, das geht ja auch über die Brücke, Alter. Hä? Wie soll ich ihn denn nennen? Über die Brücke hier oben. Achso. Oh, hier geht's lang. Wolfgar, hoffnungslos verloren. Ne, da stand ein Heilspray in dem Zug drin, aber ich komm da ja nicht rein. Das ist ja... Ja, da sind wir vorne drin. Glaube ich. Also, ich glaube, das ist mir schon vorbei. Oder? Ah, ne, ich hab's. Oh. Hast du's? Ne. Das ist schon vorbei. Ja, das ist der Stand wie das. Wie hab ich denn das gemacht? Warum hab ich denn jetzt vor mir? Das ist ein Zombie-Gehl. Wie hab ich denn das gemacht? Wie hab ich denn das gemacht? Ja, wie hab ich denn das gemacht? Ja, das ist das schwere MG, das gefällt mir wirklich sehr. Wie hab ich denn den grad geschnappt, ey? Als Schutzschild. Als Schutzschild. Das ist jetzt hier grad reinste Sturmtaum-Schießen mit den Zombies, die machen echt gar nix. Ja, zumindest stehen hier überall Pflanzen jetzt. Und Antivirus-Sprays, hurray. Ja, die sind, die brauchen wir gerade wirklich verstärkt. Genau, das war das Spray hier. Okay. Hab ich mitgenommen? Antivirus-Spray ist da auch. Hm. Ja, da kommt die nächste Welle. Scanner geht an und... Ach, du Scheiße. Das ganze Komplex ist jetzt voll. Ach die Scheiße, Mann. Ich bin echt beschadet, ey. Jetzt gibt's da der erste Schläger, was passiert? Da hat er gerade mal. Schon wieder. Das ist echt zu krass. Was ist das? Ah, ich bin infiziert, ey. Puh, ey. Ja, aber jetzt hier, jetzt geht's richtig ab und hier bin infiziert. Die sind wohl hier ein bisschen giftiger, ey. Ja. Hier hinten der Aufzug ist da. Ach, da sind ja auch Zombies drauf. Äh, sheesh. Warte mal, ich hole noch schnell die Pflanze. Okay. Das ist kaum zu glauben, aber mein schweres MG ist leer. Was? Hast du die Zunftmassen gesehen? Ach, was? Ist einfach alles verschossen. Sag mal, ist das hier ein Waggon? Ja. Ja. Ich mach mal das gerne an. Ah ja, ist ja toll. Oh, super. Kommt die da unten jetzt, ja, ne? Da habt ihr was. Ich glaub, das waren sie schon. Waren sie an ein Spagat hier? Joa, gehen wir wieder drauf. Ach, nö. Hä? Ich hab schon wieder was auf dem Schirm. Wo denn? Andere Seite. Ah, ist schon hier das Bier aktiv. Hinter uns. Was? Vom Titel her. Ein Zombie haben wir hier noch drauf. Ne, der ist über uns. Oder unter uns. Das Kottchen gefunden, ja. Oh, es gibt die P. Ja, 350 HP. Ja, gut. Tja, also die Voreis, hatte ich schon mal was gesagt eigentlich hier? Die andere, wenn wir die andere mitgenommen, ne? Ach so, ja, wie hieß die eigentlich? Voreis. Voreis, ja. Wir haben natürlich Voreis dabei. Und nicht mehr Pluto. Naja, Pluto, Pluto, nicht mal unseren Hund, ne? Luna. Und wir wollten die einfach mal ausprobieren. Also, vom Spielerischen her. Wollten die einfach mal ausprobieren. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Wer ist das denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ah, da, warum? Ja, also es ist schon mal viel Mien. Mien? Mien? Ja, wo bist du denn? Steht direkt davor, ja. Wo seid ihr denn? Ja, wir haben ihren Film geguckt. Toll. Vorsicht. Ja, den weh ich auch drin. Ich bin halt direkt davor gestaut. Das ist echt lasst. Oh, die sind ja richtig viel, ey. Die Pistolen hab Angst. Tja, ihr gebt der große Feuerbust. Ach du Scheiße. Du hast doch das schwere Mg, oder? Auch nöt. Ja, du hältst eine Dauerfeuer und ich... ...spiel mir nach vorne. Was interessiert ihn ja die Bohnen, der hat mich halt mal weggeballert. Und um die Ecke. Was haut's ab? Ich muss schon sagen, das ist ein Erdrückungsfeuer, aber spul. Boah, die hat ja voll O-Beine, ey. Das war's, ähm, beste und wichtigste, was wir uns gerade hätte da auffallen können. Ja, natürlich, die hat O-Beine, hallo. Ja. Mehr ein, zu her. Ja, dann können wir hier hinterher rennen, oder? Sieh mal einer an. Hier hinten ist nur ein grünes Graut, Julian. Also ich mein' ja nur, also... ...könnt's doch so weitergehen. Ich möchte so weitergehen. Okay, dann nimm ich's mit. Hier, das ist wirklich nicht mehr. Du Schwein. Du hast doch gesagt. Nein, nein. Tja, dann nimm mal halt uns rum. Ja, ich's gerne auch mal. Oh, ach, was. Tisch, ey. Oh, was ist hier los? Feuer. Das hat der illegal, halt mal, mal, mal. Eine Granate. Das ist sehr stark. Ja, wollt ihr ja wieder aufstehen? Können wir vergessen. Ja, das waren sie schon fast. Haben wir sie. Okay. Neue Zombies auf dem Schirm. Ah, da hände ich es so blieben hier. Ich denke, es sind immer wieder die gleichen Zombies, ne? Naja. Alle die gleichen Anzüge an. Das gleiche Gesicht. Gleiche Hosenbeinung. Aber... Was war das? Spannend, auf, auf. Kommt zum Aufzug. Das ist dir Zeit. Braucht ihr Heilung? Äh, kann man machen. Wir wollen nahe. Schwingsthose. Das ist immer hier zu mir und bereit. Scheiße, falsche Knappe. Fast richtig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben hier wieder Licker. Anyle. Und der fällt. Das sind's wenige. Ah, der Lato. Da gibt's gar keinen Dauerzug, ne? Da war doch eine Munitionskiste auf dem Aufzug, oder? Der Kindertier, verdammt. Schon gefunden. Äh, die machen jetzt gerade nicht so viel, die Licker. Also irgendwie, die kamen jetzt letztes Mal stärker vor. Also ganz ehrlich, wieso wurden die gerade hier eingebauten? Das ist ja echt... Naja, wir zögern einfach mal die Mission hinaus. So ein bisschen zeitlich. Soll nochmal ne Welle kommen, ne? Ja. Wär's mir lieber gewesen, wenn ein Gammelzummis runtergefallen wären. Gammel. Gammelfleischzummis. Guck mal, wie der da hängt. Boah, Hackfleisch weichgeklopft. Weiter geht's. Richtig. Oh, das will ich haben. Komm schon, greif's. Greif's, mein Junge. Schade. Nicht so toll. Schalt mal ins Ganner rein. Wee. Ich hoffe, ihr habt den Stolz dabei. Hier, Granatenhagel erst mal. Das war ne Brenngranate. Ja, das ging schnell, oder? Selten so ein Zombie mal wegplatzen sehen. So schnell. Tja. Gut. Soll denn hier ein Schmelzofen bekommen? Jetzt wird's warm.